Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, herzlich willkommen in einer neuen Folge von High on Life. Wir haben die Crandall-Brüder erledigt gestern. Das war harter Tobak. Und jetzt gehen wir mal zurück nach Hause und holen das Kopfgeld ab für die Bros, die wir abgemurkst haben. Wenn es denn laden würde. Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, dass es laden würde. Hallo? Ja, wir haben jetzt, dass das Space-Dingens da langsam genug durchlebt. Also die Loading-Screens im Spiel, die sind frech. Das muss man halt leider so sagen. So. Okay, Good News ist wahrscheinlich, die Gatlin funktioniert wieder. Bad News, die Schwester ist weg. So, liefern. Die Guten zuerst. Dann die Schlechten. Dann die Schlechten. Die Schlechten. Sie ist schon ein bisschen weg. Das ist wahrscheinlich nichts, und ich bin natürlich nicht wirklich worried oder gar nicht, weil ich, 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 sie mag. Aber, uh, ich weiß, Sie wissen, Sie ist ihre Frau und alles. Vielleicht zuerst mit Tweeg. Sie arbeiten bei der Space Applebee's, in der Stadt. Uh, yeah, das ist alles. Ich will aber die Waffen nicht hier lassen. Oder muss ich? Na gut. Okay. Boah, sie will Pornos gucken. Wunderbar. In den Slums. Warum darf ich denn meine Waffe nicht mitnehmen in die Slums? Kannst du mal die Fresse halten, du dummer Waffe. Das ist das einzig nervige an dem Spiel. Ist ja cool, ist schön und gut, dass die Waffen reden können. Aber du, mein Freund, du redest zu viel. Das nervt. Wirklich. Und warum muss das Laden damit eine Tür aufgehen kann? Weißt du... Ah, da ist immer noch dein kaputtes Bein, ha? Na gut. Weiter. Äh... Ich hoffe, ich habe keine Gegner mehr hier. Das wär... Mal zur Abwechslung angenehm. Wohin? Und? Aha. Na dann, renn mal. Okay, okay. So, das, ähm... Das dying Gatleon, das wir saved, let's do it. Let's say, we can fix him up and he, you know, back alive. The thing is... Oh, okay. Sorry, sorry. I'm just trying to figure out, how to say this properly. Or, you know, like, communicate, um, how we normally do, right? You know, the Gatleon we saved, let's do it. Uh, he knows some things about me that, that, that the others don't know. And it's nothing too crazy, you know? Okay, no... Es gibt ja ne Option. Ähm... Audio. Waffen-Geplapper. Gelegentlich. Feindliches Geplapper können wir aufhäufig lassen. Die sollen ruhig da ihren... Verdi-Talk oder was... Was auch immer. Sollen die ruhig da durch... durchziehen. I don't give a shit. Sorry, I don't mean to be cryptic. I'm just... I'm worried about your sister. You think Twig is working today? Aber er redet halt immer noch viel, ne? Ist das das... Ah, das ist das Applebee's. Okay. Hello. Hallo. Welcome to Applebee's. Table for two? Right this way. Actually, we're wondering if someone named Twig is working today. He didn't shop for a ship, sorry. Do you still want a table? Um, you know what? You know what? Maybe this is a good spot to talk. Uh, yes. We, we, we will, we will take a table. Warum? Ach, jetzt muss ich noch mit Kenny reden. Okay. Enjoy your meal. Your waiter will be with you shortly. Thank you. Okay, listen, I'm sorry for making a sit here at Applebee's. I know we're really focused on Lizzie and that's kind of the important thing, but would you mind if I kind of got something off my chest here with you first? Ach, ja, warum nicht? Okay, thanks. You know, it's just, you know, it's gonna weigh me down if I don't say something. Okay, so you remember what happened on my home planet, Gatlas? It got taken over by the G3, like yours. You know, all my people got enslaved. You remember that, right? You know all that, right? Sorry, of course you do. Well, what if it was kind of, you know, just a little tiny bit entirely my fault? Okay, I can see you're at a loss for words. I know how it sounds. I'm not the only reason the G3 invaded Gatlas. I'm just the only reason they even knew about it in the first place. Hey there, welcome to Applebee's. I'm gonna be your waiter for the day. Can I get you started with one of our signature cocktails? Not now, please. We're kinda busy here. I would also get Long Island Ice-C have. Okay, sure thing. I'm gonna go ahead and get that in for you. Thank you. Okay, bounty hunter. So, let me explain. Gatlas was isolated on the far edge of an asteroid belt. We were completely untouched by the greater interstellar civilization. Just like your planet. But, you know, I wanted out. Like, I wanted to see the galaxy. I wanted to see what everything out there had to offer. That's when Rel Del Mar crashed his ship into our planet. He was this crazy smuggler. He'd been all over and he'd seen it all. And after I helped him fix his ship, he wanted me to be a part of his crew. You know, and he took me with them. And I'm back. Here we go. This is for you. Alright, now what were you thinking from an appetizer? Uh, I'm sorry. We're in the middle of something. Please. Ja, but I'm hungry. Äh. Bündchen, kiss it here. Alright. It's coming right up. Oh, I don't know why I picked Applebee's to tell you this, but where were we? Okay. Oh, right. Um, obviously a guy like Rel, you know, he had to deal with all kinds of shady customers. And well, you know, that led us to the G3. And Garmantuous? You know, he'd never seen an alien like me. You know, a talking gun with endless firepower. And, well, looking back, you know, I see how stupid I was. You know, I really do. But at the time, I couldn't tell. You know, I was being taken advantage of. I was going nowhere. You know, everyone thought I was a fuck up. You know, I just wanted to prove to everyone that I could do something. You know? Open up. Here comes the appetizer train. Chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-chugga-choo-choo. Thank you. I hope you like those. Now you better be ready to order that main course. Uh. Schwarz geräuchter Cajun-Lachs. Das klingt gut. You betcha. I'm gonna get that order right to the cook. Okay, thank you. So, I led the G3 right to Gatless. Do you see where I'm going with this? We fought them off at first, you know. But they came back with some super virus that damn near zombified everyone. You know, a few of us were immune. We formed a rebellion. It was led by, let's do it. He was my best friend. My mentor. He was one of the strongest Gatlians who ever lived. And I, I got him killed. In his dying moments. I told him everything. Like I'm telling you now. About how I left Gatless to pal around with a criminal. How I led Garmantius and the G3 right to our planet. How I got everyone killed. Except, let's do it survived. Somehow. The G3 must have kept him alive. To try to utilize his power. God, if we can really bring him back. Did you, do you see my problem? Right? Like, I'm gonna have to tell the other guns what I did. You know, or else he'll tell them. Alright, I'm back. Hope those tummies are ready for some yummies. Bon appetit. Dude, take a fucking hint. Can't you see we're in the middle of a thing here? Emotional thing. Uh, you know, this is important baggage shit. We're dealing with here. Take a hint and get out of here for a second. Uh oh. Someone's feeling grumpy. Oh wonderful. Now, what the fuck is happening outside? Lizzy? Oh. Hey, Tweak's doing a whole kidnapping cliche, I guess. Why the hell are you even doing this? Uh, money? Duh. I'm selling you out to the G3. I told them where you all were and they gave me money for, um, for doing that. Now I'm bringing you to them for even more money. Ha, 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 ha. Come on, that's shitty. Let me go. No, are you out of your fucking mind? This is a kidnapping. Oh, der meint das ernst. Ja, okay. Motherfucker. Was mach ich? Oh my god. Mach das Zeugsack auf. Mach das Ding doch kaputt da. Come on. No one can say for sure why they're here. We're here to kill you, bounty hunter. Ha, 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 ha. Gar nix, we're so. Jetzt ist die Schwester doch entführt, ey. Okay, well, there you have it. It looks like this is only wrong if you're that bounty hunter that they're trying to kill. I'm People Fugerton, Blim City News. Stay safe out there. Und jetzt? Geh zurück nach Hause. Ah, ja, okay. Na dann. Machen wir doch, was das Spiel sagt, hä? Ah, fuck. Ich hab ja nur... Ich hab ja keine anderen Waffen dabei. Oh boy. Okay. Ähm. Fuck. Scharfschätze entdeckt. Ähm. Mach den da erstmal. Danke. Und auch schlitzen. Sehr gut. Wo sind denn Scharfschütze? Hello, da drüben. Ah, ah, ah. Danke. Wie viele von euch sind denn noch hier? Hallo? Ihr seid ja nur dezent nervig. Komm schon. Hoch da. Oh ja, das war gut. Und nochmal. Bam. Und Schlitz. Perfekt. Bisschen Schilde ist immer gut. Gut, dann springen. Und Jetpack. Ich bin ja dran. Teleportieren können wir uns leider noch nicht. Es liegt noch nicht drin. Hab ich noch nicht gelernt. Oh mein Gott. Ähm, okay. Mach mal so. Holy fucking shit. Mach mal, komm. Oh, komm mal, er ist tot. Sehr gut. Ist das wirklich? Ja, jetzt. Okay. Ja, 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 ja. Wir müssen ja trotzdem alle fighten. Geht ja nicht anders. Aber ich steck fest. Das ist nicht gut. Okay. Wie viele sind das denn noch? Meine Güte. Okay, einer weniger. Thank fuck for that. Äh. Da. Da. Scheiß auf Gene. Scheiß auf Gene. Hoch da, komm. Es geht ja hier hoch, oder? Ja, genau. Dann da. Und dann nehmen wir die Abkürzung. Ja, machen wir jetzt mit Lizzy. Ja, dann. Halt die Klappe. Ich hoffe einfach, das Haus steht noch. Gene ist mir da relativ egal. Also Gene ist mir da wirklich sehr, sehr, sehr egal. Kannst du jetzt mal laden, bitte? Ist ja nur eine Tür, die aufgehen muss. Oh mein Gott. Okay. Oh ja. Das ist, äh... Ist das das Finale, oder was? Scheiße, ich bin super gekommen. Was ist das da? Oh mein Gott. Okay. Come on. Aufschlitzen. Danke. Auch aufschlitzen. Super. Stellen verstecken. Weil... Ja! Ich kann ja nicht zum Haus, wenn hier... Ja, take in the sights, wo we're getting shot at from every direction. You know, now is the perfect time to sightsee. It's not like we haven't seen enough of this city already. Fuckin' halt die Fresse. Fuckin' halt die Fresse. Wirklich. Shut your goddamn mouth. Oh mein Gott. Und we still have two oh-so-special-People who are very worried about you. Oh mein Gott. We still have two oh-so-special-People who are very worried about you. Okay, you gotta get inside now. I have a plan. Ja, aber wie denn? Hello? Okay. Es reicht mir. Es reicht. Waffen geplapper. Nichts. Er redet immer noch. Ja, und du hältst jetzt einfach mal deine Fresse, Mann. Okay? Danke. Wir sind da jetzt da. Komm, rein da. Ja, ja, ja. Alles wieder mitnehmen. Ah, die Mikrowelle ist ja der Warp-Camp. Das ist er doch, oder? Aktiviere den Warp-Camp. Ja! War das nicht die Mikrowelle doch? G, listen carefully and enter these exact coordinates. 8, 6, 2, 1, 3, 5, dash, 0, capital G, lowercase x, dash, W, W, capital bulk, C4, 5, 6, 7, C, back there was capital. Um, um, 5, 8, 9, 2, 0, 5, 8, 9, 2, dash, 1, 7, 4, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, Ness. Fuck these are all coordinates. This might know what time space coordinates that make. Fuck it! 5, 5, 5, 5! That's right! 4, 3, dash, 2, 1, 1, 8, 7, 4, Ness. Got it! Scrambling time! And here we go! Um... Ich glaube ein bisschen auf Gatlin. Wir gucken uns morgen an, was da draußen so ist. Für heute ist erstmal Schluss. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.